Willkommen zurück, Leute, zu HWs Neue Augen mit der kleinen Lily und wir sind ein ganzes Stockwerk weitergekommen. Hier ist Ednas Zelle. Ist Edna denn aber wieder in ihrer Zelle? Das wäre komisch. Oh, wir können das Porträt mitnehmen. Was ist denn jetzt mit der Zelle? Sitzt sie da jetzt vielleicht drin und fühlt sich jetzt sicher? Das wäre ulkig. Zum Abstellraum. Boah, was wäre, wenn der eine da immer noch eingesperrt wäre? Aber das war da. Das war nicht so, ne? Bürotür. Ich gehe mal in den Abstellraum, da wo das Gehirn damals war. Oh. Das Phantom ist hier. Termitenfarm. Wie ungeschickt. Lily hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Ja, das ist natürlich... Soll vielleicht so sein. Da ist das Gehirn, aber diesmal können wir nicht mit Bodo reden. Genau, Bodo hieß der. Bowlingkugel. Aha. Ich lasse ihn da mal lieber stehen. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem. Man könnte dieses Licht... Nö, wir lassen die Termiten mal. Und den Spiegel könnten wir auch mitnehmen. Okay. Was ist hier? Die Tür war fest verschlossen. Das ist natürlich doof. Was können wir denn jetzt mal machen? Können wir... Irgendwas von unseren Wattmar? Da ist der Mondschein mit dem Spiegel und so. Lily konnte den Mond stundenlang anstarren. Aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Okay. Ich will den Spiegel zum Reflektieren bringen. Wozu auch immer. Da hing schon etwas. Achso, dann nehmen wir das weg. Ah. Aha. Okay. Nein, nein. Nee, nee. Das war schon gut so. Eine Sache hatte Lily gelernt. Die Ideen, die der Mond ihr in den Kopf setzte, endeten fast immer mit einer Bestrafung. Mach trotzdem daran. Lily hatte das Prinzip von Schloss und Schlüssel schon verstanden. Auch wenn es manchmal nicht... Ja, komm. Haken an der Tür. So. Jetzt mache ich mal hier auf. Ähm. Und dann wird er aber voll geblendet, wenn wir ihn jetzt holen. Hier haben wir auch einen Haken. Wenn wir das Porträt dahin hängen, bringt mir das was? Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Was fehlt denn? Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lily eine Rätsel. Das ist schon gemein. Was fehlt denn ihm? Der Junge auf dem Bild schaute so ausdruckslos, als stünde er bereits unter Hypnose. Hm. Geisterkostüm? Da half auch kein Abdecken. Lily hatte den Jungen gesehen und musste damit leben. Wie wäre es mit an den Haken hängen? Noch wollte Lily ihre Geisterkarriere nicht an den Nagel hängen. Ach so. Hm, was können wir damit machen? Die Ehrlichkeit war verblüffend. Der Junge auf dem Bild schaut... Hm. Was mache ich denn mal mit dem Porträt? Lassen wir das zerfressen? Von den Termiten? Hm. Haken. Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Was fehlt denn da? Was fehlt da? Was habe ich denn hier überhaupt? Das Phantom, das Dings und das da unten noch? Okay, und den Haken. Ich werde jetzt mal an der Stelle hier speichern, weil ich nicht weiß, ob das Phantom uns irgendwas tut. So, ab in die Speicherstände, das machen wir mal eben. Weil dann muss ich das nicht alles nochmal machen. Ich weiß nicht, soll ich den locken? Geisterkostüm. Tut er uns gar nichts? Ähm... Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte er als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist. Ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenüber treten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Mein Gott, was redet der viel? Aber hey, es ist nicht das Phantom, es ist jetzt ein anderes Phantom. Kleiderständer. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das wirklich erst heute gewesen? Hm, können wir da den Geist ranhängen? Solange der Ständer keinen Kopf hatte, würde das Laken einfach nur schlaff herunterhängen. Achso, dann vielleicht hier das Porträt. Das war kein guter Platz, um das hier aufzuhängen. Na gut, dann nehmen wir die Kugel als Kopf. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Ja, das hier. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... Sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Okay, noch irgendwas? Das Phantom sah bedrückt aus. Aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Oh, das ist natürlich wichtig. Oh, Alfred. Ich hätte dir noch so viel zu sagen. Lilly sah ein, dass sie auf diese Weise nie an den Schlüssel gelangen würde. Vielleicht können wir mit ihm das Porträt hier... Also müssen wir ihn jetzt veräppeln. Lunchbox. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Was ist das? Honigpfannkuchen. Eww. Da hatte jemand seine Lunchbox. So wie er... Okay, Honigpfannkuchen. Der Geruch des Honigpfannkuchens erinnerte Lilly an die lustige Geschichte... ...mit den Termiten Freeman. Okay. Freeman. Ja, das war lustig. Hüten werden. Tun das, was man will. Ah, hier ist der Geist. Was haben wir noch? Wie kriegen wir das denn jetzt mal hin? Hm. Hm. Ich glaube nicht, dass wir das da wieder hinhängen sollen. Das wäre ja komisch, oder? Nee, das geht auch gar nicht. Wir müssen irgendwie was machen. Mhm. Was können wir denn damit dann machen? Wir müssen was da drinnen machen können. Irgendwas müssen wir machen können. Möchte er vielleicht Honigpfannkuchen? Ähm. Nein, danke. Ich brauche nichts. Außer vielleicht eine Gelegenheit, mich von meinem Bruder zu verabschieden. Vielleicht... Jetzt dann... Nö. Irgendwas ist ja noch nicht... Also was soll da hin? Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Was denn? Was denn? Was fehlt uns denn? Der Junge auf dem Bild schaute so... Der Junge auf... Sollen wir das da irgendwie reinpacken? Das macht ja auch keinen Sinn, oder? Solange es ihr niemand verbot, würde Lilly alles, was sie fand, bei sich behalten. Egal, ob der Platz in ihren Taschen ausreichte oder nicht. Mhm. Wenigstens wird es mal erwähnt, weil wir wissen ja alle, dass wir in den Point und Klick spielen und anderen spielen. Wir meinen, übermäßig großes Inventar da ist. Können wir mit dem Bild, mit dem Mondschein noch was machen? Ist hier irgendwas, was ich übersehen habe? Können wir was mit dem Mondschein machen? Eine Sache, die... Ich verstehe das mit dem... Reflektieren hier sowieso noch nicht. So richtig. Können wir dann den Spiegel hier abnehmen und das hier hinhängen? Okay, wir können das Porträt da hinhängen. Und wird es da beleuchtet? Dann hängen wir hier den Spiegel hin. Aber... Naja... Weiter? Dass das da zurückreflektiert, ist doch viel besser. Oder soll er rauskommen und denken, oh, Alfred... Und dann redet er mit ihm. Das ist die Frage. Wenn wir den Spiegel da hinhängen... Ah, nee, geht ja auch gar nicht. Was will er dann? Und was sollen wir mit dem Geist machen? Ja... Können wir da das drin klatschen? Aha, kommen die Termiten jetzt da rüber? Kann das sein? Oder so? Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Alles klar. Und damit wird natürlich jetzt das dann wegge... Äh... Darüber gespiegelt. So. Nein. An den Haken bitte. Wunderbar. So, jetzt strahlt das da durch. Auf den Geist vielleicht? Auf den Geist. Ja. Und nun? Ah, okay. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal! Wenn hier einer spukt, dann... Äh... Alles klar. Warte mal. Alfred? Alfred! Du bist es wirklich! Ich... 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 Ich kann es kaum fassen! Oh, Alfred! Ich konnte mich nie von dir verabschieden! Oh! Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen! Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja... Ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht! Na warte! Oh, der Schlüssel! Schnell! Gott! Er ist ein bisschen sauer auf seinen Bruder. Du verdammte Kotzkröte! Wenn du nicht schon tot wärst, würde ich dir jetzt den Hals umdrehen! Lilly hielt es für besser, das Phantom nicht zu stören. Es sollte sich in Ruhe von seinem Bruder verabschieden. Finde ich auch. Ich finde es schön, dass Lilly immer so schön gelassen bleibt. So, dann gehen wir mal. Das haben wir gut hingekriegt. Und mal gucken. Wäre schon komisch, wenn Edna jetzt da drin wäre. Lilly! So ein Glück! Wir hatten schon Sorge! Du wärst auch erwischt worden! Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt! Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen! Sieh nur, was er der Oberin angetan hat! Oh! Hallo, Lilly! Schön, dich zu sehen! Aber was treibst du bloß hier, mitten in der Nacht? Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder! Du hingegen warst immer so brav! So brav! So brav! Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt? Dank Dr. Marcel bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignorier sie einfach! Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh-oh. Hab ich dich endlich! Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnose-Puppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnose-Therapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Okay, aber das kriegen wir schon hin. Wir kriegen alles hin. Wir haben Harvey und unser Wollknäuble. Was sagt... Was sagt... Wir reden mal mit Edna. Edna! Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines HR-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehen-Szene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß. Du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Was? Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Die beiden sind ja schön nett zueinander. Deine Mutter brüchen Plan. Finde ich gut. So, guck mal hier. Wollknäuble, pass mal auf. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Boah, wie viele Harvey's jetzt einfach mal hier reden. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Alles klar. Spitze Gegenstände verwenden. Ich darf hier alles. Glaub mal. Lilly wollte ihre Freunde befreien, aber sie hatte nur Dinge, um sie noch fester einzuschnüren. Ja gut, das ist dann vielleicht wirklich ein bisschen blöd. Können wir die Nadel erstmal nehmen. So. Abfalleimer. Was ist da drin? Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das... Augen? Augen? Augen. Okay. Gut. Können wir hier... Nee. Können wir die Augen? Doktor Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Mhm. Ja. Naht. Aha. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Äh, Edna vielleicht? Das war bereits genäht. Können wir die auf... ...kuseln? Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Und wenn wir, ja, tun und lassen, was wir wollen, indem wir sie jetzt hypnotisieren. Mit dem Wollknäuel. Lilly würde den Teufel tun, der Oberin beim Stricken zu helfen. Dann vielleicht mit unserem HW. Aha. Wo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Das ist meine Trance. Was soll das werden? Eine Herausforderung zum Kampf? Defensivmaßnahmen eingeleitet. Dämonen in Verteidigungsposition. Ich erwarte einen fairen Kampf. Haltet euch an die Regeln. Oh je, wo war Lily da schon wieder reingeraten? Es sah so aus, als würde sie alle ihre wiedererlangten Fähigkeiten einsetzen müssen, um diese Schlacht zu gewinnen. Cool. Aber wie geht das? Den Berserker-Haww auswählen, den Orte-Haww auswählen, den Feuer-Haww auswählen, Schaf-Haww, Alkohol-Haww, Lügen-Haww, Hören und Flucht. Krass. Sieht ein bisschen aus wie ein Schachbrett. Du bist am Zug. Wähle einen deiner Haww-Figuren aus. Okay, gut. Ja. Dann würde ich sagen... Was haben wir denn hier? Ich nehme mal unseren Feuer-Haww. Und dann kann ich Angriff, Kombo, Feuerattacke, mega Brand, heizt bis zu fünf Gegner ein. Nahkampf, Laserschwert, macht mehr Schaden, lässt ein Haww zuschlagen. Feuerattacke auf zwei Gegner. Ich mache mal Angriff. Wähle ein Opfer. Ich nehme dieses Vieh hier. Ich nehme dieses Vieh hier. Oh Gott. Das muss ich erstmal noch rauskriegen. Auch wenn man aber immer gleich wieder zurückkommt. Das war unfair. Lilly hätte den Kampf doch gewonnen. Wie sollte sie die Blockaden der Oberen jemals brechen, wenn sich dieser Schiedsrichter andauernd einmischte? Ja, das frage ich mich auch. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal machen. Da muss ich erstmal... Ah, okay. Das geht ein bisschen schneller. Das finde ich gut. Gut. Okay. Ich... Weiß ich nicht. Wie nehme ich den mal? 15 LP. 15 LP. Flucht. Hören. Wir kennen die ja eigentlich alle. Feuer ist ja gut gegen ihn hier. Ich nehme mal den und mache eine Kombo auf den Schneemann. Regelverstoß. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Und dann ist man wieder zurück. Oh, das ist ja gemein. Geht das... Also man kann bestimmt. Man kann bestimmt siegen. Die Frage ist nur, wie. Ja, ich werde das jetzt leider noch öfters probieren müssen. Bis ich das rausbekomme. Ich habe hier das Tutorial und ich kann weitermachen. Ich will es aber eigentlich alleine erstmal versuchen. Ähm. Und würde erstmal einen nehmen, die hier vorne sind. Scharfe Gegenstände. Orte. Ich nehme mal den Orts-HRW. Und der soll gegen den Wendigo schlagen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht... Warum? Das war doch die richtige Kombination von dem, was wir auch... Wie wir die Viecher besiegt haben. Also das wundert mich jetzt. Das war nämlich der gefährliche Ort betreten. Also irgendwie... Irgendwas muss ich dann noch richtig hinbekommen. Ja, er war scharfe Gegenstände verwenden. Und ich Magina kann von dem doppelten Schaden auf den Drachen aufschlitzen. Warum? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst... Du sollst... Du sollst... Du sollst... Darf nichts machen. Darf nichts machen. Warum nicht? Müssen wir erstmal was anderes machen, bevor wir hier überhaupt was tun können? Oder soll ich den Schiedsrichter... Warte mal, ich gehe mal auf den Schiedsrichter zu. Da muss man doch was tun können. Kann ich hier was machen? Berserker HW. Rauschzustand lässt einen HW dreimal Schussattacke. Megadauer vortrifft bis zu fünf Gegner. Kombo. Wähle einen Verbündeten. Also Berserker. Und, ähm, weiß ich nicht. Welchen denn? Den Feuer. Nichts geht. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, du sollst nicht, das, 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 das darfst du nicht. Alles klar. Okay, wir können irgendwie nichts machen. Ich wollte den Schiedsrichter HW Hasen eigentlich angreifen. Vielleicht können wir was anderes tun? Dann machen wir mal jetzt nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Dann Feuer spielen? Ich versuch das mal. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Ob das wohl geht, was ich hier mach? Du sollst keinen Alkohol anrühren. Vielleicht wiederholt er auch gleich alles nur wieder. Alkohol. Alkohol. Was war das jetzt? Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Und das ist unsere letzte Sache. Die können wir nicht machen. Och Mann. Ich muss das hinbekommen. In der anderen Welt. Damit wir sie aus der Hypnose holen können, die oberen. Das wird nicht so einfach. Ich werde mich mal damit auseinandersetzen. Leute, bis zum nächsten Part von HWs Neue Augen. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Also. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.